Ups Uuuuh 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 Wir sollen irgendwas Blaues nicht sammeln, was? So schnell kann ich an diesen Was nehme ich damit? Oh ja, wir waren auch eine Hightech Geil, Alter Äh, nehme ich immer die Nichts gefunden, hab ich recht Richtig Wie immer Wie immer Mein Leben nimmt trotz Gasmaske ab Aber nicht so schnell Ähm Wie könnte man das erklären? Das ist sozusagen ein Speziell für uns entwickeltes Deppengas, nein Wahrscheinlich ist das ein Gas, das auch Hautkontakt Aber ähm Dadurch, dass du die Atemwege schützt, stirbst du nicht ganz so schnell Dadurch, dass du die Atemwege schützt, stirbst du nicht ganz so schnell Oh Und Kettchen, geil Oh, da ist auch noch ein Täschchen Das ist ja schick Wo ist heute John's Beauty Palace? Was ist heute? John's Beauty Palace Wieso? Mach uns heute alle hübsch Ja Ja Aber hier drin wird bei mir die Tastatur angezeigt Ja, aber mir auch Ja Wer will los? Ja Ja Ich mach ja schon Dann mach du das dann Dann können wir auf dich aufpassen Ja Wir hol dich raus, wenn es schief geht Dann machen wir uns die Tür zu Ich bin noch nicht Ich weiß noch nicht Ich glaube, ich nehme heute mal die schwarze Gasmaske Genau Oh, das ist noch eine andere Ebene Ich würde es mal vermuten, weil hier sehe ich jetzt irgendwie nix Hm Aber ist noch was? Ne Da waren wir drin Hinten war ja noch nicht Aber Ist ja komisch Kommen wir noch weiter weg, wenn wir uns hinten links laufen Ja Vielleicht müssen wir aber noch einen anderen Weg finden Auf eine andere Ebene Hier ist das scheinbar Ja, doch noch hinten links gucken Ich habe doch gesagt, lass es woanders gucken wie es geht Ah Ah, Mission Ach, da kommen wir immer hoch Wenn ich treffe noch oben Ja, das sieht gut aus vielleicht Oder so oder so Uh, oder was? Nice Also wenn du möchtest, hier ist ein Weg nach oben Bei uns Ja Geht los Äh, bei euch ist, äh, wo seid ihr denn überhaupt hin? Äh, nochmal Schau mal Ich musste hier gerade kurz umdekorieren Weißt du, oder soll ich den gegen kommen? Weißt du, Allah? Weißt du? Da Ja Folgt der Taschenlampe Oh Gott Er ist sowieso schneller als ich Oh Ich gar nicht Ich muss jetzt die Maske aufbehalten, weil nur die passt zum Röckchen Oh ja Oh, alter Heiß Wenn ich jetzt noch Dreadlocks hätte Oh, geil König Nerd als Cyber Hast du nicht Oh Oh Ey, die sind so schwer zu treffen, die kleinen Dinger Ja Ja, äh, ja Nachdem ich hier alles durchlöchert habe Oh, wir haben wieder Besuch Ja Ach, wieso haben wir denn schon wieder Besuch, weil Wir wieder open to all Kleinen Spacken, das wieder nicht gerallt gekriegt hat Wir Oder der Wieso können wir die Tür nicht aufmachen hier? Was ist da los? Geh mal weg Ne? Bug Armin Da weißt du was Ja genau Die Tür hier in dem und dem Poker, warum geht die nicht auf? Ja, ist ein Bug Das ist ein Fehler Wow Wir haben sieben Zuschauer und wir haben Besuch So Was? Sieben Zuschauer Äh, warte mal Multipläter Tropica Level 11 Ist das jetzt böse, wenn ich das jetzt mache? Ja, mach schon Was? Donder macht heute wieder ein auf Sehbehinderte alte Simulant Achso, hast du deine Maske noch auf, oder? Ja, ich habe, ich habe die Augenklappe und mein Röckchen an, so wie ich das immer mache, wenn Staatsbesuch kommt Ja, lade doch mal nach, da kommt Hallo Was? Lade nach Klasse, Klasse, Klasse Ja, die müssen immer noch den Stromschalter finden Hier ist was gut aus Hier konnte ich auch aufmachen, gerade Wo bist du denn? Da, wo wir gerade waren Sie ging es nach der anderen Seite Die Röckerei ist nicht gefährlich Ich mache wieder einen auf Sehbehinderten Jetzt habe ich wieder irgendwas übersehen Naja, ich glaube, das war eher auf die Maske bezogen, sag ich doch Achso, ne, wegen der Augenklappe, ja Achso, ja Im echten Leben trage ich wirklich eine Augenklappe? Ach, scheiße, kann man das an? Ja, ne Ey, war das nicht selber aufgezogen Ich wurde auch gerade hell Du weißt schon, dass du da Ich sollte mich ja mal mit Augenklappe hinsetzen Und einen auf Mitleid machen Vielleicht kriege ich mehr Abonnenten, ne? Ja This Direction Genau, die Tür war zu Also da lang Lauf, lauf, lauf Und dann wird mich hier lang Er meinte schon meine, meine, meine Blindheit bezüglich des Stromschalters Ernsthaft, du willst nicht sagen, der war echt da hinten Aber wir waren zu dritt Drei Mal da drin Oh Mann Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das hier lag, Alter Ne, wir sind auch von hier gekommen oder nicht So, jetzt geradeaus, geradeaus, geradeaus Dann links Dann runter So, hier Wo war das? Ne, noch weiter runter Äh, wahrscheinlich in einem Gasraum Ach, auch das noch Ja Gleich nichts in die Richtung Immer den Pfeilen nach, sozusagen Also nochmal die Gasmaske aufsetzen Ja Dann geht es einfach mal jemand anders rein, denn ich bin ja auch nicht zu doof dafür Ja, ich geh mal rein Du findest das bestimmt Links wird angezeigt Hm, er findet es auch nicht Oh je Armin, das ist nicht witzig Naja, genau Armin Wie könnte ich bis hier hin lachen, ja Hör mal Wenn ich die Gasmaske was einnehmen kann, sonst falle ich tot umgehen Oh Ja, hier ist doch der Schalter Oh man, Leute Hm, ist klar Nicht, dass wir da alle schon mehrfach drin gewesen sind Äh, aber ihr seid beide in die selbe Ecke gelaufen Ich stand genau davor Oh man Ach, auf euch ist verlass, ich mag euch Alles klar Alles klar Äh, bräunig Ach, bräunig Ach, bräunig Ja, wir müssen mal, wir müssen mal wieder kämpfen und irgendwie ihn töten Ja Was? Ich bin schon ganz All das Blut Aber das sind Roboter Lass es töten So, jetzt müssen wir halt erstmal zurück hier oder was? So Nein Ja Jetzt müssen wir da hin, wo die Viecher sind Am besten Da wo das Ding da oben ist Das iPhone in dem komischen Symbol Was? iPhone? Ja Oh, hier ist eine Kiste Ah, ja Ja Tastatur Ah, jetzt ja Ah, hier so Eine Insel Ja, und Anna Wanger rennt gleich erstmal direkt rein, ne? Gar nicht erst sinnvoll spielen Oh, und das? Der zählt an einer Rand Jetzt ist er weg Alle weg Ich habe eine gefährliche Teekanne neutralisiert Alle Kiste, wunderschön Oh, ohne Armin würden wir jetzt immer noch unten rumlaufen Ja Oh, guck mal Ja, aber meine Kiste ist schon voll aus Ich habe noch 20 Platzes mehr vorbei Wieso habe ich denn eine grüne Klauke dabei, mich doof? Äh Hm Hm Hm, hm, hm Ich bitte ein bisschen was ab Hochexplosiver Mehrzweckgeschosse Rauchgranaten habe ich dabei, warum? Jede Menge Granaten habe ich dabei Ich glaube, ich kann mal, habe ich irgendwo ein paar Medipacks Hier rumfliegen Erste Hilfe Standard Erweiter das Erste Hilfe Standard Ne, das ist das nicht Ich glaube, ich habe hier keine kleinen Erste Hilfe Packs mehr, die ich mal mitnehmen kann Ach man 100 von 100 Na, denn Wissensschaft der deduktion Ich habe keine Ahnung, was deduktion ist Also eine Reduktion ist eine Verringerung, eine deduktion Genau Hämelin Hier spricht Leutnant Axelsson Von FOA 5 Wir haben Äh, Probleme Etwas hat unsere unterirdische Laboeinrichtung gesperrt Wir haben keinen Zugang mehr Und keine unserer Schlüsselkarten oder Überbrückungen funktionieren Wir bitten um ein Ingenieurteam, damit wir die Brandschutztüren durchbrechen können Ja, es betrifft Abteilung 53 Wir haben es erst heute bemerkt, weil die Polizei nach den Morden hierher gekommen ist, um die Räumlichkeiten zu untersuchen Aber die Zentrale hält sie für das erste ab Es besteht das Risiko, dass das Team von ausländischen Operatoren ins Visier genommen wurde Und wir müssen unsere eigenen Antworten finden Vor allem, was die beiden Teammitglieder angeht, die noch immer vermisst werden Und wir müssen uns Zugang zu dem Labor verschaffen Um diese Antworten zu erhalten habt ihr das auch gehört da gerade in fünfklässler was vorgelesen annehmen ja was soll das heißen warum warum sind eigentlich alle fernseher kaputt hier weiß ich nicht kann da war noch gar nicht da noch ein die sind von sonyx das sind die guten wissenschaft der deduktion so wer googelt jetzt mal schnell deduktion so was macht ihr da jetzt steht ihr dann guckt die ganze radikale an oder ich lerne die auswendig nämlich den weg finden das soja ok das ist schön wieso was machst du ich stehe hier noch ein bisschen rum laut und deutlich bis in der türen die türen die türen die türen die türen die türen ja das ist mal hier ein schön rennen wir vorbei der türen die türen noch eine tür das scheint richtig party zu geben ich fasse wieder so eine zecke im gesicht meine lieben ich gehe wieder auf das macht uns aber traurig raduri das geht auch so nicht die könnte wir sehen so doch schon kaum war es jetzt stell dir mal vor wie das wie das ist mit verholfen wir haben ihn etwa noch mehr kanonen vor der türen kann den panzer schrecken oder hinter dem panzer schrank oder auf dem panzer schrank das hat mir auch schon da wo die gehen auf wo ist abgesperrt kriegst du die auf nein aber ihr könnt schon mal losgehen ich habe ich immer das gefühl dass im panzer schrank okay das habe ich noch nicht das kannst du alleine behalten looten genau was das bräunig bräunig schalldämpfer für maschinenpistolen maschinenpistole das wäre ja dein teil da lauferweiterung für maschinenpistole lauferweiterung für sturmgewehre ich weiß gar nicht was ich an dem ding jetzt oh hier ist eine waffenkiste was ist das ein lilanes was habe ich denn ich habe schon lilanes dann brauche ich das aber das nehme ich mit das war das der kram nicht automatisch das war die sachen nicht automatisch decken wenn du das in der gebrauchsleiste hast und hast du nur ein und oben liegen dann drei ja ja das muss ich doch noch mal überlegen hier ach jetzt kann ich das nicht mehr cool mine granate granate nehme ich noch mal mit wieder alles mitgenommen granate für den fall dass uns mal die moni ausgeht für den kram anwerfer so ich muss irgendwann mal meine klamotten nachgucken zum beispiel eine mit 50 prozent schusswiderstand gekriegt also vom biken die voranlage ist dann schon ziemlich weit fortgeschritten vor in der haupt story würde vorschlagen die mission hinten anzustellen vor wir müssen vergessen ach das was ich gerade vorgelesen habe die wissenschaft der deduktion verteidigung vor genau diese ziemlich weit fortgeschritten ich denke wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten wir sind voll die bros aller wieso kommando wieso und dann und merden eigentlich noch mal die hatten wir doch schon warum wir jetzt noch maden und und da die karten sammeln dazu müssen wir unten in die waldregierung also gleich hier neben wäre laut und deutlich gleich wo nehmen und hier aus also könnten rüber zu der kirche von wissenschaft der deduktions davon auf dem hügel des laut und deutlich die quest ich mach mal die punkt habe ich da erstmal in die kirche oder ja das war klar dass von dir auf jeden fall zustimmung kommen wenn wir die kirche soll kommt ihr die kirche waka 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 genau und ihnen waren das noch sakira waka waka war das nicht zur wm in afrika war das weiß 2006 man seid ihr manchmal gebildete menschen manchmal ein bildung ist eine bildung so falsche richtung also müssen genau in die andere richtung ganz klasse und als star wars schreit schreit auch nicht aloha abwassern hat mir noch einen angekonntes googeln ach nee das ist sorgbar ein jts ist das season beigetreten ein jts was hast du gesagt jts so heißt der typ welcher typ beigetreten ist dass diesen beigetreten ist habe ich das immer noch nicht wieder zurückgeschaltet doch 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 aber die haben so ein crack direkt in dein spiel dann krieg ich den jetzt man und vergeht jetzt wieder level 1 sorry jts nur einladung anwenden ein bisschen anstrengend dass man nicht einfach mal so grundsätzlich einstellen kann auch ein großer nicht ein ganz großer aber ein bisschen was ja gut bewachtes teil oh ja er hat er hat einen bau zieh dabei schon gar nicht raus können sie einfach abgelassen das sind die neuen worte ich ja die raketenwerfer wir sind die bau zieh sie haben keine mama wir haben kein papa und sind ganz lieb kennt ihr doch noch oder jeder hat uns die ja ja sicher die bau zieh so alt bin ich nicht das ist es bestreiten ich höre ein knarzer hier drin wahrscheinlich guck mal rauf ne ist abgesperrt warum ist er abgesperrt ich komme da auch nicht ran bestimmt armin wird das gleich schreiben ja müsst ihr erst im hintersten sektor der welt habt ihr das ja nicht gelegen ach ihr müsst erst im hintersten sektor der welt da wird nein da gibt es bestimmt irgendeinen schlüssel zu finden wollen wir wetten wow oh los jetzt muss er nachladen danke ich hab das mal in die Licht ja das wollte irgendwie das sah so mitleiderregend aus du Arsch ey ja was ist die Lupe so jetzt müssen wir hier theoretisch da unten ist eine Lupe da gibt es bestimmt Schlüssel das wollte ich auch gerade sagen ja genau können wir da hin porten das wäre nämlich eine geile Idee weißt du wenn man da hin porten könnte sich da die Tasche mit Schlüsseln voll steckt ja und dann wieder zurück kommt und dann hat man alle alle die Lupe ist übrigens bei diesem Auto hier das musst du kann da ja nicht sagen ne 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 ich kann mich nicht mehr bewegen ohne eine stufe das 5 klaukel ich kann mich bewegen ich komme nicht weg kann man die klappe zu machen geht das ja man sich mir hat die luke jetzt irgendwie gar nichts gebracht also ich habe ja jetzt zumindest nichts nichts schlüsselmäßiges gefunden mal gucken wir laufen ein stück zurück guck mal ob die lupe wieder auftaucht jemand aus versehen gelootet oder war so ein autoloot oder was ich weiß das man kann es doch aufmachen ja jetzt wo wir den schlüssel haben aber ich habe nicht gesehen dass man hier so test mit dem polizeifunk gerät ist polizei auto unten soll nämlich an lagerschlüssel z zu mir lesen auf dem schlüssel anhänger steht felice lager nordküste von gerät und polizei auto verwenden ja wir sollen da hinten stimmt hinter schwedischen gardien nein 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 warum warum ist an der fange wird aber die noviet navi has been monitoring the situation in sweden and together with nature we are offering a good yeters yeah we believe we have identified the source of the aggressor and can provide a device to disable the machines we will deliver this device to the estate of full nostad on the northern coast please proceed there immediately more intel will be provided on site repeat the jetty at the estate of all nostad west of hagar border we will provide a device to bring die geschichte voran schön so jetzt und nato so dass wir bringen die nach hagar border hagar border ist da und was hat er noch gesagt hagar border an der küste der feind meines feindes all nested hat er das glaube ich genannt in der nordküste des marschlandes all nested so all nested ist das da nicht da wo die zwei ist da wo die zwei ist da oh ala ja da ist man schnell dann gehen wir zum unterschlupf stellen mir ja ich nehme die geschichte aber fahrt auf oder ja wir nehmen richtig fahrt auf alter schweger aber nur wegen abend aber nur armin armin ihm wegen genau generation zero arming gott arming gott genau oh mein gott war da eine kiste ich glaube das jetzt immer oder ach das war auch noch eine goldene pistole ach so aber die passt die passt einfach nicht mehr das ist ja ich muss auf das erwerben 6 flinten show kann weg sanitäter packt kann weg die munition passt da gar nicht mehr die normale in die goldene nicht schön wie gebraucht denn es ist ja noch wirklich prämierende ich weiß es nicht ablegen davon habe ich keine ablegen was habe ich denn hier ist so laufen auch erweiterung für sturmgewehre aber ich habe doch schon eine drauf was habe ich dann auf dem sturmgewehr drauf habe ich eine gegenstand ablegen